Hey Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Information. Hier nicht auf die Konzeptlosen mal mit einem Handy Video, sondern auf MrManuelPlay, meinem Hauptkanal, wie ihr hoffentlich wissen sollt. Abonniert meinen Zeitkanal. Ich wollte euch einfach mal kurz sagen, dass heute kein Minecraft Video kommt. Also jetzt um 14 Uhr kommt kein Video. Und ich weiß noch nicht, ob am Abend ein Video kommt. Muss ich mal schauen, ob ich es mit einem Upload zusammenbekomme. Also, dass das noch sich alles ausgeht. Ansonsten geht es wieder morgen regulär weiter. Ich habe einfach richtig verpennt, was aufzunehmen. Beziehungsweise was hochzuladen. Und ja, das wollte ich euch einfach mal sagen. Ab morgen geht es wieder regulär weiter. Ich habe jetzt Ferien, das heißt, ich habe wieder Zeit aufzunehmen. Aufzunehmen, habe wieder Zeit was zu produzieren und hochzuladen. Und bliblablub. Das schaut irgendwie echt komisch aus, wenn da hier, wenn da ein Schatten ist. So ist es, ob ich eine Monobraue hätte. Egal. Ich bin dein Vater. Oder so. Naja, ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Und schaut auf jeden Fall entweder am Abend oder morgen mal wieder rein. Denn da gibt es neue Videos. Und ja, ich bedanke mich fürs Anschauen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau!